Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Erwartungswert einer stetigen Zufallsvariablen. Wie auch im diskreten Fall, ist auch bei der stetigen Zufallsvariable vor Durchführung des Zufallsvorgangs ja unsicher, welcher Wert herauskommt. Wenn ich aber die Verteilung kenne, wenn ich also weiß, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Ergebnis in welchem Intervall liegt, dann kann ich mir zumindest ausrechnen, was ist denn ein typischer Wert für das Ergebnis des Zufallsvorgangs, was kommt im Mittel heraus und das ist auch hier das, was der Erwartungswert beschreibt. Der Erwartungswert ist mathematisch dann beschrieben durch das Integral von minusunendlich bis unendlich über x mal f von x dx. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht überraschend aus, aber wir rufen uns nochmal in Erinnerung, wie der Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariable berechnet werden kann. Das ist dann nämlich x1 mal die Wahrscheinlichkeitsfunktion an der Stelle x1 plus und so weiter bis xk mal f von xk. Ich habe also eine gewichtete Summe von den möglichen Ausgängen x1 bis xk und die Gewichte sind die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, dass die Zufallsvariable diesen Wert xi annimmt. Und die Wahrscheinlichkeiten kann ich im diskreten Fall mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion ausrechnen. Und das kann ich dann also auch schreiben als die Summe der xi mal f von xi. Und dann muss ich halt über die möglichen i gleich 1 bis k oder noch darüber hinaus muss ich aufsummieren. Und im stetigen Fall bekommen wir im Prinzip das gleiche x mal f von x und das müssen wir dann aufaggregieren. Und im diskreten Fall nehmen wir da die Summe, im stetigen Fall nehmen wir das Integral. Und im schlimmsten Fall können wir eben zwischen minusunendlich und unendlich liegen. Falls die Dichte auf Teilintervallen dann exakt 0 ist, vereinfacht sich hier natürlich das Integral. Und ich muss nur über den Teil integrieren, wo auch Beobachtungen überhaupt möglich sind. Die Zufallsvariable kann dabei aber auch so sein, dass dieses Integral den Wert unendlich annimmt. Und auch dann sagt man hier, dass der Erwartungswert nicht existiert. Also dieser Erwartungswert ist nur dann wohl definiert, wenn das Integral auch endlich ist. Als erste Illustration schauen wir uns hier wieder den Fall an, wo wir eine Dichte haben, die wir besonders leicht integrieren können, damit wir einmal sehen, wie das funktioniert. Und starten da wieder mit einer konstanten Dichte, also mit einer gleich verteilten Zufallsvariable. Und dann sagen wir, wir haben eine Dichtefunktion f von x, die ist 1 durch b minus a im Intervall von a bis b und 0 sonst. Das heißt, ich habe hier meinen Wert a und dann habe ich einen Wert b und die Dichte ist 0 bis a. Dann springt sie auf den Wert 1 durch b minus a und dann springt sie wieder auf 0 herunter. Und hier haben wir also 1 durch b minus a stehen. Und damit haben wir die Fläche, Intervallbreite ist b minus a mal 1 durch b minus a, haben wir eine Fläche von 1 unter unserer konstanten Dichte. Und das ist das, was wir ja bei einer Dichtefunktion haben wollen. 100% Wahrscheinlichkeit für das Intervall von a bis b. Und dann wollen wir von dieser konstanten Dichtefunktion mal den Erwartungswert berechnen. Naja, und dann ist es nicht besonders schwer zu vermuten, dass der wohl genau da in der Mitte liegen muss. Das ist ja eine komplett symmetrische Verteilung, konstante Dichte. Wo sonst als genau in der Mitte soll denn dann der Erwartungswert liegen? Und das bekommen wir mathematisch auch heraus, wenn wir das mit dem Integral lösen. Um die Notation nicht so mühsam zu machen, nehmen wir hier als untere Grenze einmal 3 und als obere Grenze einmal 7. Und dann 7 minus 3 hat dann den Wert 1 Viertel. So schaut dann das Problem aus und der Erwartungswert, den wir dann bekommen sollten, wird wohl 5 sein, die Mitte des Intervalls. Aber gucken wir uns das einmal Schritt für Schritt an. Also der Erwartungswert dieser Dichtefunktion ist das Integral von minus unendlich bis unendlich über x mal f von x dx. Und hier kann ich das auch schreiben als das Integral von 3 bis 7 über x mal 1 Viertel dx. Ja, ich muss nicht bei minus unendlich anfangen, weil links von der 3 die Dichte 0 ist und rechts von der 7 ist die Dichte auch 0. Ich muss also nur von 3 bis 7 integrieren. Und dann die 1 Viertel, die konstante Dichte, kann ich auch nach draußen ziehen, habe dann das Integral von 3 bis 7 über x dx. Dann muss ich also die Stammfunktion von x bilden. Das ist 1 halb mal x Quadrat, weil wenn ich das ableite, 2 nach vorne ziehen, bekomme ich also genau x heraus. Die 1 Viertel hatten wir davor gezogen und dann müssen wir an den Grenzen von 7 bis 3 einsetzen. Die 1 halb kann ich auch noch mal nach draußen ziehen. Dann habe ich da stehen 1 Achtel mal 7 zum Quadrat ist 49, 3 zum Quadrat ist 9. Dann habe ich also 49 minus 9 ist 40, dividiert durch 8 ist 5. Es kommt also genau das heraus, was ich auch vorher vollkommen intuitiv vermutet hätte, dass bei einer konstanten Dichte der Erwartungswert einfach in der Mitte zwischen dem Minimum und dem Maximum liegt, zwischen 3 und 7 und 5 herauskommt. Das ist natürlich ein Fall, der in der Praxis nicht so häufig vorkommt, dass ich eine komplett gleichverteilte Zufallsvariable habe, aber wir haben es hier uns trotzdem angeschaut, um erstens einmal mit dem Integrationsvorgang vertraut zu werden und zu sehen, da kommt auch was raus, das macht Sinn. Und zweitens ist es zumindest wieder für den Fall interessant, wo wir eine stückweise konstante Dichte haben. Da gilt nämlich folgendes. Wenn wir uns wieder anschauen, die Einführung eines neuen Produkts und vorher nicht wissen, wie hoch der Absatz ist und wir dann eine stückweise konstante Dichtefunktion haben, wie wir das in einem früheren Video schon mal betrachtet haben, dann könnten wir so etwas hier haben. Die Experten haben gemeint, zwischen 1000 und 2000 liegt der Absatz mit Wahrscheinlichkeit 20%, das entsprach einer Dichte von 0,0002. Zwischen 2000 und 3000 liegt der Absatz mit einer Dichte von 0,0006, entsprach 60% und zwischen 3000 und 4000 wieder mit der Dichte von 0,0002. Und hier sollen wir dann, wenn wir an diese Dichte glauben, einmal den erwarteten Absatz bestimmen. Wir müssen also auch hier wieder integrieren über stückweise konstante Werte. Und dabei gilt, dass bei einer stückweise konstanten Dichtefunktion der Erwartungswert einfach das gewichtete Mittel der Intervallmitte ist. Also in jedem Intervall ist der Erwartungswert in dem Intervall die Intervallmitte und dann muss ich das noch mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten gewichten und aufsummieren. Ich habe also hier mit 20% Wahrscheinlichkeit den Beitrag von den 1500, also 1500 mal 0,2, dann 2500 mal 0,6 plus 3500 mal 0,2. Und wenn ich das alles ausrechne, bekomme ich hier 2500 als erwarteten Absatz heraus. Auch das überrascht mich nicht besonders, weil auch hier die Verteilung genau symmetrisch gewesen ist, links genau wie rechts ausschaut und dann der Erwartungswert wieder genau in der Mitte liegt. Wäre das aber hier irgendwie asymmetrisch gewesen, hätte auch der Erwartungswert weiter links oder weiter rechts liegen können.